Im Laufe des Lebens trifft man auf verschiedene Menschen. Darunter sind auch negative, schlechte Menschen, die einem bewusst Probleme bereiten. Wie soll man damit umgehen? Wenn wir die Frage, wer bin ich, richtig beantworten, wenn wir es uns selbst wirklich in der Praxis vergegenwärtigen, dann sehen wir in jedem Menschen, auch in einem Mistkerl, genauso eine geistige Essenz, ein Teilchen des Absoluten, wie auch in einem selbst. Nur durchläuft dieses Teilchen andere Leereinheiten. Dazu gibt es eine Geschichte über Ramakrishna, einen Heiligen aus Indien. Man nannte ihn den verrückten Mönch, weil er den Großteil seines Lebens in der Meditation verbrachte. Er verbrachte diese Zeit in feinstofflichen Welten. Es ging sogar so weit, dass sein physischer Körper sich veränderte. Mal zog er sich zusammen, seine Arme und Beine wurden kürzer, mal dehnte sich sein Körper aus, seine Arme und Beine wurden bis zu fünf Meter lang. Das alles geschah während seiner Meditation. Er wandte sich an den weiblichen, mütterlichen Aspekt des Absoluten. Er verehrte die göttliche Mutter, also den weiblichen Aspekt. Er sagte zum Beispiel, Mutter, lass mich nicht die Ekstase erleben und genießen. Lass mich stattdessen den Menschen dienen. Er wollte gar nicht so sehr die feinstofflichen Welten entdecken, sondern den Menschen helfen. Einst, als er seine Meditation beendet hatte, verfiel er in den Zustand der Ekstase. Das konnte mit ihm überall passieren. In Indien ist das nichts Ungewöhnliches, wenn jemand irgendwo im Staub liegt und den Zustand der Ekstase erlebt. Dort achtet man nicht so darauf. Einmal lag Ramakrishna auf einem Marktplatz in Ekstase und als er wieder zu sich kam, stand eine sehr alte, kranke Prostituierte neben ihm. Er öffnete die Augen, schaute diese Prostituierte an und sagte, du bist hier, göttliche Mutter, ich sehe dich auch in dieser Gestalt. Das ist die richtige Herangehensweise. Danke. Danke.